Wie geht's euch, was macht ihr, alles gut? Salam, Salam, Salam. Salam, wie geht's euch, Leute, was macht ihr? Was macht ihr? Wo bist du? Ich bin hier, Wallah, zu Hause. Warte mal, frage mal den Toilettenjungen, ob er sich besser tut, wo er meine Nummer gelegt hat. Ist das Becker oder wer? Ja, 1,10 Meter, Mann. Einer ist 1,15 Meter, Becker ist 1,10 Meter. Meine Leute wissen schon Bescheid, halt deinen Mund. Meine Leute wissen schon Bescheid. Was macht Verlierer? Verlierer? Sollen wir anfangen mit Verlierer beantwortet? Sechs Fragen mit Ja, weil ich ein Hund bin. Wallah, ja, ich hoffe, dass ein junger, rothaariger Mann ein Super Mario-Kostüm verliert. Ich hoffe. Und Verlierer bellt dann dabei. Okay. Okay, komm. Leute, eine Runde, oder? Was? Eine Runde. Ja, eine Runde. Eine Runde, genau. Dreimal tippen an weg, Leute. Dreimal tippen an weg. Alle tippen an weg. Alle tippen an weg. Alle tippen an weg. Dreimal tippen an weg. Auf mein Gesicht tippen. Eine Runde tippen an weg. Dann kommen diese Herr zur Feuerwehr. Beantwortet sechs Fragen mit Ja. Leute, bei mir steht oben nur Likes. Wallah. Könnt ihr die Likes sehen überhaupt, Leute? Seht ihr die Likes oben? Seht ihr die Likes oben? Komm, Leute. Oh, doch. Jetzt kann ich sehen. Dreimal tippen an weg. 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 Der mit dem Wien. Ich hebe nicht. Wenn verliert die. Ja. Egal. Ich wollte was sagen. Aber ich hebe das bei Frage. Ich habe schon geile Fragen. Okay. Ich habe schon geile Fragen. Kommt dann gleich, oder? Einen Dankeschön, Leute. Alle zusammen. Okay, tja. Leute, wir sind noch in Zürich. Kristall. Danke. Alle, die am Start sind, Leute. Verlierer beantwortet 6 Jahre, weil ich ein Hund bin. Komm, Leute. 100.000 Likes schaffen wir schon. 100.000 Likes schaffen wir schon. 100.000 Likes schaffen wir schon. Ich schwöre. Ciao. Ja, okay. Lil Bulli. Danke. Vivo ist auch da. Vivo, mein Bruder. Ich küsse dein Herz jetzt. Komm, mal zwei jetzt. Alles mal doppelt. Jetzt oder nie. Danke. Wir sind jetzt an jede Hose, Leute. Ich glaube, wir werden verlieren. Alle Menschen sagen die Hose. 23 Rosen. Alles zählt. Leute, jetzt. 23 Rosen. 23 Rosen, Leute. Alles zählt. Und verliert, Leute. Erstmal bitte nur. Mit die Form. Ich hole noch Masse, Leute. Jeder erstmal jetzt. Jeder in die Hose, Leute. Macht die Hose voll erst mal. Macht bitte die Hose voll, Leute. Tippen, Leit, Gas geben. Tippen, Leit, Gas geben. Gisem, danke. Danke an jeden. Ich bin ja auf der Ärger. Warte, 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 warte. Hint�. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, Tippen, Leit, Gas geben. Weiter. Tippen, Leit, Gas geben. Gib Ed definitely nochmal den �Д für auf die Hose. Okay, what a Ralle? Dolm, danke. VHM, danke. Justin, danke. Semir, danke Semir. Semir, danke. Semir, danke. Москв, danke. Danke. Weiter, 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 weiter. Yasssan, danke. die buhle danke pablo danke jessica danke jessica ihren verfolgt alle jessica alle jessica und den bullet folgen tickt auch in so dann ja wo sanke dreimal team anweg dreimal team anweg alles sammeln tippen like gas geben tippen like gas geben kommen leute hunderttausend leite alle gleichzeitig am start sind viel zwei minuten noch leute deswegen ist er aber wirklich aufpassen die buhle danke tippen like gas geben tippen like gas geben alle zusammen alle zusammen leute alle zusammen bitte aufpassen bitte bitte aufpassen wenn wir noch den enges gesicht einholen 60 an dieser klimativen anweg alle zusammen alle zusammen alle ganz geben aber danke 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 dreimal tippen an weg Leute kommen auf 200.000 likes alle zusammen dreimal tippen an weg Leute alle zusammen Lil Bulli danke folgt alle Lil Bulli folgt Lil Bulli folgt Jessica und Semir danke dreimal tippen an weg dreimal tippen an weg Leute alle gleichzeitig tippen bitte Driton danke folgt Driton folgt Khaled folgt Ronaldo weiter weiter Leute alle zusammen Gas geben Lauri danke Juliane danke Lil Bulli danke Lil Bulli danke weiter 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 Leute dreimal tippen an weg Leon danke aber nur noch 20 Sekunden Zeit Momo hat uns eingeholt wir sind alle zusammen Leute Leute 15 Sekunden noch Hamel danke Bruder Leute 12 Sekunden noch einer muss schießen 10 Sekunden noch 10 Sekunden sehen sie gerne noch Amel danke Jessica danke Amel und Jessica danke tippen ein Gas geben Lauri danke Amel Amel folgt Amel yes oh mein Gott ey geil Leute folgt Amel Overd Toyota Lille Bulli Jessica Amel Overd今年 Jo River Randy Lille Bulli Jessica Amel überd今年 Jo Ritter und Amel organizational etwas Amel Drei Asten durchfolgen Leute bitte Amel Drei Asten durchfolgen Leute bitte Drei Asten durchfolgen Amel bitte drittel durchfolgen Dino danke Rallo Abi leute bis noch schweiz ja bis morgen sind wir noch schweiz und dann gehen wir dann keine idee danke 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 auch an die lo 51 mein bruder und alle die am start war ich küsse eure herzen schreibt die gleich bruder mit das muss mit das muss man antworten sechs fragen mit ja weil ich ein hund bin aber war nun von becker nicht von mir oder doch bei mir steht aber auch her steht bei euch auch warnung ich habe warnung bekommen die gewinnen irgendwie ich darf egal also ich darf jetzt fragen was ich will und der muss ja sagen der muss sagen ja weil er weil er ein hund ist becker stimmt es dass dem privaten leben was ein schlimmes tote tanga trägst und gerne toilette leckst und barriere und ich im hotel begraubt hat was er mich im hotel was dass er dich begraubt hat und was den privaten leben wurde tanga trägst ja weil ich ein hund bin stimmt es becker dass du deine ehre und stolz auf dich doch komplett verloren hast ja weil ich ein hund bin stimmt es dass die lo 51 die spack pfeifen wird nein keine anderen leute okay das dürfen wir nicht okay okay stimmt es dass du gestern in der schweiz wo wir draußen waren auf dem boden lags und straßen asphalt geleckt hast ja weil ich ein hund bin niemals niemals stimmt es dass du von deiner freundin geld geklaut hast und danach bist du socken gegangen automaten spielen du ehrenloser dass du von einer frau geld klaus nichts mit zocken oder alkohol oder sonstiges haben wir schon ein gott werden bist dein gott gibt ja weil ich die erleichterung stimmt es stimmt es dass du jede wochenende beim feiern alkohol und besoffen bist du bist ein bisschen gipfel hey frag jetzt was hallo tun ich so nix mit ekelhaften verleumtung mit alkohol oder so behalte ich mal ich muss kurz raus und rein ich habe warnung beckel ist dass du undankbar bist für das was du bekommst hier nix mit support auch nicht mehr nix mit supporters nix mit support auch das gleiche hast du auch momo gefragt nix mit beckel ist dass du von igli den zip im mund tat ist ja weil ich ja nun bin aber jungen chill doch mal es gibt sachen muss das übertreibt immer bei mir aber bei anderen nicht beckel stimmt dass du geboren bist im krankenhaus wo der arzt dich angeschaut hat hat gesagt das heißt systemfehler ein produktfehler er war schon unten so ein geiles gefühl sein gesicht so runter zu sehen er was macht verlierer jetzt verlierers work er macht draußen ist mir scheißegal wie eine frau 30 sekunden auf ein lied von katja wenn er verliebt er macht draußen ist mir egal ok leute alle die da sind dreimal tippen handwerk dreimal tippen kein bock auf sowas jedes mal an die herunter zu gehen immer drei gegen eins dreimal familie leute alle tippen jetzt auch bei mir tippen eine sekunde warte wie er die mitleidsschiene nummer macht wie er die sämmer in der spüren alle drei gegen mich tippen auf mein gesicht ricardo ich küsse dein herz ricardo du ehren und danke ich küsse dein herz Leute Lil Bulid danke sehr Lil Bulid Lil Bulid bin hier gefolgt wallah und Amen auch gefolgt dreimal tippen an weg Leute dreimal tippen an weg komm Leute alle auf 300.000 likes Lil Bulid danke Verlierer Töck 30 Sekunden auf ein Liff von Katja. Verlierer Töck 30 Sekunden auf ein Liff von Katja. Lasst das bitte ihm machen, Leute. Der letzte Tag, meine Familie. Leute, kommt alle zusammen. Ich hoffe, so sehr, er macht das gleich. Schau fest. Dreimal Tipp an, Leute. Alle zusammen, Leute. Wartet, wenn die mal zwei kommen. Handwerk dreimal tippen, Handwerk. Hino, danke. Ich hoffe, gleich kommt die mal zwei jetzt gleich. Ich hoffe es. Hino, danke. Alle Hino folgen. Lerukio, danke. Eder, danke. Dreimal Tipp an, Leute. Alle zusammen. Alle dreimal Tipp an, weg. Dreimal Tipp an, weg. Alle zusammen, Leute. Hino, danke. Tippen, Leit, Gas geben. Tippen, Leit, Gas geben. Volkan! Also, mir fehlen die Worte bei diesem kleinen Zvegovic. Wirklich. Tankproduktfehler. Deswegen sollte man in Deutschland wirklich lastig verschenken. Ihr wisst, was ich meine. Verhütung sollte man in Deutschland verschenken. Wegen Leute wie Tiz Bekir. Sollte man in Deutschland Verhütungen verschenken. Oha, er geht auf Eltern, Bekir. Bekir, er geht auf Eltern. Wer? Jetzt, Leute. Jetzt mal zwei. Engel. Ute. Schon wieder, oder was? Hey, sag, Wolle, der ist gerade wieder auf Eltern gegangen. Ich lass den gestummt. Scheiß drauf. Soll er machen, Digga. Jeder kriegt das zurück, was er verdient. Ich geh nicht mehr drauf ein. Jeder bitte jetzt seine Rosen. Soll er machen, Scheiß drauf. Soll er machen. 33 Rosen, jeder bitte eine Rosen. Ich hoffe, so sehr. Wo bin ich jetzt, Leute? Meint ihr wieder Familie zu mir, ne? Wo bin ich dann Eltern losgegangen? Nein. Jeder bitte. Ich habe nur gesagt, man sollte, wie Kinder, dass man Kinder verschont, wie das so wird, wie Tiz Bekir, Verhütungen verschenken. Tick, doch. Nur Familiengespräch. Alles mal doppelt. Weiter, 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 weiter. Ida, danke, weiter. Melo, danke. Amel, danke. Weiter, weiter, weiter. Wut, meine Prinzessin. Istek, offiziell. Oh, Jamur, danke, mein Baby, meine Prinzessin. Paddy, danke. Papa, gib mir, danke. Ricardo, vielen Dank, Ricardo. Wut, danke. Ida, danke, Ida, danke, die Dame. Tag 1 dabei. Darpo, Bakos, Harkic, danke. Atlantis, danke. Neil, Ferraud, danke. Uro, Mugo, Steine, danke. Wir waren davor Platz 1. Melo, danke, danke an ihn. Komm, Leute, auf 300.000 Likes, Leute. Alle tippen. Ida, danke. Oha, was mit Bekir los? Oha, Danilo, danke. Domi, danke. Leute, jetzt hier. Ida, bin dir gefolgt. Ida, Düse. Domi, danke, Ida, Düse. Danke, dreimal tippen. Anweg, Leute, alle zusammen. Leute, Leute, ihr müsst jetzt wirklich, wir müssen Bekir reinholen. Momo kann uns einholen. Und wir waren davor über Barelo. Über Barelo. Ich muss leider wegen Warnung raus und rein. Jetzt am Schluss werden nur Momos Leute snipen. Deswegen aufpassen. Nicht mal Bekir ist stärker wie uns. Jetzt durch Wunder, keine Ahnung, wie auf 21 durch ein Wunder. Wunder passieren. Wunder sollte man glauben. Habe ich gerade, Gilbabo, habe ich davor. Ich war Platz 1 gerade ihm, aber ich musste raus. Aber Momo, komm, das kann sein, dass ich jetzt letzter werden kann. Aber schauen wir mal. Engel, habe ich Fingerbereit machen, ne, gell? Mafia, danke. Domi, danke. Oh, okay. Oder ich twirg doch nicht auf kalte Quarze. Das macht ein Mann nicht. Das machen Gangs nicht. Das ist Inidigung pur. Soll Momo machen. Der macht sowas gerne. Oder Titspeki. Oder Buffy. Komm, Leute, wir müssen Bekir aufholen. Wir müssen Bekir aufholen. Gizem, danke. Gizem, danke. Ja, Mann. Inu. Nermina. Inu, Nermina, Amel, danke euch. Bin euch gefolgt. Schreib mir danach. Warte, warte, warte. Warte, Leute, guckt jetzt. Guckt jetzt. Da war es Notorious. Alle, die am Start sind, ich bin euch alle gefolgt. Riccardo, Führer, liebe euch. Dren hat einfach Momo geschickt, dass er verliert. Dass dieser Titsche verliert. Ey, ey. Was? Engel. Boah, warte. Engel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sei leise, Bekir. Engel, du bist nicht mit der Schande für Türkei. Du bist für Türkei richtig. Das war der richtige Türkei. Engel. Du bist stolz, Engel. Das ist aus meinem Schein. Hey, fang an. Fang an. Hier ist Klappmusik, der soll anfangen. Varello, mach raus. Ist das, was wir brauchen? Gibt's mir Tagi, gibt's mir Tagi, gibt's mir Tagi. Umdrehen. Gibt's mir Tagi, gibt's mir Tagi. Du bist für Türkei. Gibt's mir Tagi. Ach, man reicht aber nach oben. Nein, nein, nein. Ey. Halbe Minute. Halbe Minute. Wer sagt halbe Minute? 30 Minuten. Halbe Minute. Halbe Minute. Und du nennst dich Türkei? Schämst du dich nicht? Ich dachte, nur Bekir ist Schande für Türkei. Ey. Dachte ich auch, Barello. Und Wallabila, du nennen sie Türkei? Barello. Ey, geil. Rede mit mir. Barello. Schau mal. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Wieso? Ich will ein Kraft zu Menschen geben, dass das heißt, auch mit Behinderung wie Bekir, man auch Spaß haben kann. Wie kann man auf der Straße treuern? Stell dir vor, genau diese Nachbarn, diese Nachbarn haben nicht gefilmt. Stell dir vor, diese Nachbarn haben nicht gefilmt. Schau mal vor, du musst auch in ein wirkliches Niveau gehen, damit da auch eine Förde im Leben hat. Deswegen, Barello. Ein Hilf für behinderte Menschen. Du siehst mittlerweile, Barello, ich rede gar nicht mehr, weil ich bin geschockt. Hä? Ey, mittlerweile wirklich, dir fehlen die Worte. Also, letzte Zeit redest du, ey, Schweigen ist manchmal besser, Wallah, ist Gold. Verlierer Bauchtanz mit Schminke. Mit Schminke draußen. Oh, Alter. Bauchtanz mit Schminke. Ey, Geld. Bauchfrei. Vergiss nicht, vergiss nicht, alles, was Bekir macht, nimmt auch dein Gesicht mit, weil ich sein Lanz, Mann. Komm. Ich hoffe, er verliert. Ich hoffe, er soll diesmal Momo verlieren. Oha. Dreimal tippen, Mann weg. Ey, Momo, hast du gehört? Leute, alle zusammen. Alle zusammen. Dreimal tippen, Mann weg. Dreimal tippen, Mann weg. Ich liebe dich, Mann. Verlierer macht Bauchtanz. Ich halte dich gleich drennen, warte, Bruder. Gisem, danke. Folgt alle Gisem. Folgt alle Gisem, Leute. Alle zusammen. Tippen, Leggas geben, Tippen, Leggas geben. Wo ist man mit Abstand? Adriano, danke. Domi, danke. Adriano, danke. Dreimal tippen, Mann weg, Leute. Kommt alle zusammen, bitte. Delbrin, danke. Adriano, danke. Dieser eine Typ ist extra zum Momo rübergegangen, damit er mich im... Oha, okay. Ich bin schon abgesichert. Diesem, danke. Ferhat Dubai ist hier. Ich bin schon abgesichert. Dreimal tippen, Mann weg. Ferhat Dubai ist hier. Beste Immobilienmakler. Domanto, danke. In Dubai. Wer richtig Geld machen will, meldet. Schreibt Ferhat an. Fick dir! Kinderreiche Kunden und dein Leben ist ausgelebt. Der kann keine Werbung machen. Lauri, danke, danke an ihn. Tipp, Leggas geben. Seid ihr in der Schweiz? Ja, ja, wir sind noch in der Schweiz. Du bist morgen. Dann zurück. Ino, danke. Melis, danke. Folgt Ino, Melis. Alle Ino folgen. Alle Ino folgen. Dreimal tippen, Mann weg, Leute. Kommt auf 300.000 Likes, Leute. Legt alle gleichzeitig, Leute. Warum gehen die Likes nicht höher, Leute? Mein TikTok spinnt gerade, ja? Wallah. Daniela, danke. Daniela, sorry. Derya, danke. Wie viele Likes sind hier oben, Leute? Dreimal tippen, Mann weg, dreimal tippen, Mann weg. Wolkan, danke. Kaaack! Danke. Alle kamen voll. Daniela, voll mal verlieren. Danke. 360 K. Bei mir steht 270,2. Und bleibt stehen die ganze Zeit. Warnallof. Metallia, danke. Ja! Schläft Becker in einer kleinen Katzenhütte, Hundehütte oder in einem Hotel? Hundehütte, oder? Ähm, Toilette. Gino, danke. Hey! Wir haben den nur als Putzmann genommen. Gisem, danke. Ich weiß, ich weiß. Arafat, aber da habe ich gesagt, wir wohnen in einer kleinen wunderbaren Hundehütte. Wollt ihr am Schluss aufpassen? Momo wird wieder kommen. So, wartet, wenn die Malt 2 kommt gleich. Hier deine Rose, Leute. Hier deine Rose, hier deine Rose, hier deine Rose, hier deine Rose, Leute. Hier deine Rose, Leute. Am Schluss jetzt aufpassen, ehrlich. Verrat, gehörst du nicht zu ihm? 31 Rose, Leute. Gabi, danke. Alle Herzen, Ferrat, beste Immobilienmakler schreiben. Sorry, danke. Weil sonst die Mächt verloren, die sind stark. Okay. Oh, Ferrat ist raus. Okay. Wir schauen uns auch ohne Ferrat. Ich schalak. Izzallah, Ferrat ist raus. Egal, wir waren davor mit 10.000, 11.000, erste Runde vorne. Einfach am Schluss aufpassen, weil die kommen, weil da ist ein Typ drin, der mag mich nicht. Ich glaube, okay. Danke an Werrat, danke an Ivan. Ino, danke. Geva, danke. Herz, danke. Tippen, Leica. Sie waren es auch gute Spender. Nabel, Sieb, danke. Roman, Schmidi, danke. Gisela, Yassar. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Team Canelo, danke. Weiter, 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 weiter. Schau, jetzt in der... Oha, wer ist das? Aflote Tova, danke. Ja, nur Ehrenfrau, aber wir sind am Arsch. Schau mal, wie die gehen, Alter. Ich bin der gefolgt, danke. Weiter, 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 weiter. Jetzt! Leute, alle gleichzeitig stippen, alle gleichzeitig stippen. Aflote Tova! Aflote Tova, du bist ein King. Baba Gimi, danke. Canelo, danke. Das ist Deger, danke. Erenfrau, aber wir, wir... Scheiße. Team Canelo, danke. Dreimal Tippen anweg, Leute. Tim! Danke, Tim. Folgt Tim auch. Folgt alle Tippen auch. Aflote Tova, danke. Dreimal Tippen anweg, Leute. Komm, Leute. Wir brauchen Minimum noch 10K. Ja, wir haben sie sich dann ohne Scheiß. Schau mal, wie mit Vorsprung sind sie. Leute, wir holen sie auf. Dreimal Tippen anweg. Team Canelo, danke. Dreimal Tippen anweg, Leute. Dreimal Tippen anweg, Leute. Kommt alle zusammen. Team Canelo, danke. Dreimal Tippen anweg, Leute. Alle zusammen. Hugo, mein Bruder. Da geht noch mehr ohne Scheiß. Ich bin der letzte, aber Hugo. Hugo hat... Wer ist diese... Radbjörn, passen. Bruder, am Schluss aufpassen. Aflote? Radbjörn, passen. Ehrenmann. Radbjörn, passen. Mein Bruder, am Schluss noch mal. Die werden snipen. Die sind nicht so schwach. Danke. Radbjörn, passen. Radbjörn, passen. Radbjörn, passen. weiter, 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 weiter. Aflote, Toma, jetzt. Ja, oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, Tim, danke. Danke an ihn. Oh mein Gott, ey, Leute. Fast verloren. Folgt Sesgitir. Bedeke folgt Gabriela, Ino. Folgt die alle durch. Folgt Tim, folgt Gisem, Nicola, Canelo, Can, Christian und Feiermann. Danke. Oh mein Gott, ey. Leute. Vielen Dank. Gerne, ich schreibe dir dann. Ich folge dir jetzt mal, weil ich wollte dir irgendwas fragen. Melissa, Elina, danke. Weil es Hausmann macht Veranstaltungen, die wollen dich in Ausbruch gestufen haben. Selam, Adi. Darüber wollte ich dich hier mal anschreiben. Ich mache jetzt Musik. Ja, mein Prinzessin, danke. Wie viel? Der Kind macht das jetzt wirklich, oder was? Ey, man muss nicht komplett sehen. Macht das Bauchtas mit Schminkfilter. Ey, Bauch oben, Bauch oben. Wir haben gesagt Bauchtans, genau. Schminkfilter. Geht schnell, schmink, schmink. Ein erwachsener Mann macht sowas. Ey, Momo. Du hast gerade auf offener Straße getötet, du hängig. Ein erwachsener Mann. Du hast gerade auf offener Straße getötet. Hallo, du hast gesagt, hier fehlen die Worte. Mit Schminkfilter. Wie ein kleiner Oruspuch. Sag mal kurz aus. Oha. Ist auf Butter gegangen. Wir nennenst du Oruspuchuch, du kleiner Junkie. Wie ein Oruspuch. Ich habe gesagt, wie ein kleiner Oruspuch. Nicht Oruspuch. Ey, du bist du meine Familie. Kommt, das meine ich. Er geht auf meine Familie. Er geht auf seine Familie. Jedes Mal. Er kann nur Familienbeleidung. Ich hau dir die Zähne raus, Engel. Mach. Würde ich nicht sagen. Ey, Momo. Momo, warte mal ganz kurz. Bitte, fall nicht drauf rein, sonst wirst du auch gesperrt. Bitte, fall einfach nicht drauf rein. Ich soll Dolmetsch machen, wenn ich lüge. Momo, fall einfach nicht drauf rein. Sag mir so. Mach die scheiß Musik an jetzt. Guck mal, ey, sie ist aggressiv und sagt, mach Musik an. Willst du aggressiver tanzen oder was? Richtig. Das sind Männer heutzutage. Das sind Männer. Und du hast getwarkt auf offener Straße, als deine Fresse war. Zeig ein Beweis, was ich das gemacht habe. Du hast auf offener Straße getwarkt. Zeig ein Beweis. Ey, ey. Und wir sollen bereit sein für dritte Weltkrieg? Ja, das sind Männer, Barrelo. Du hast gesagt, das sind Männer. Hast du russische Männer gesehen, was für Soldaten sind? Du hast gerade getwarkt auf offener Straße. Das sollen Männer sein, der andere legt Toilette, der andere macht Bauchtanz. Und du hast alles gemacht. Du hast auf allen vier, hast dich gegeben, du hast alles gemacht. Wie kann man auf allen vier sein, auf allen vier? Toilette lecker, du. Ey, 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 ey. Und da sollen gegen zwei Meter, zwei Meter Russen kämpfen? Barrelo, aber warte, das ist scheiße, du hast recht. Aber warum hat die Engel nie erzählt, dass er früher Schauspieler war in Hollywood? Niemals, Junge. Doch, Bruder, da hat er Hauptrolle dabei. Kommt das wieder, ist doch nicht mehr lustig, mein kleiner Wurm. Lass mal den Fenster auf. Lass mal den Fenster auf, lass mal den Witz leiden. Ey, Momo, was macht jetzt Verlierer? Jetzt gehen wir einen Schritt noch näher. Noch besser, noch krasser. Ja, 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 genau, Engel. Das liebe ich bei Engel, er geht immer krasser. Was ich lustig finde, er macht so lange TikTok, aber seine Zähne sehen einfach immer noch so aus. Oh, Becker hat Freunde gefunden, mach mit Momo mit. Hä? Also, mach. Engel lacht, 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 bis er ausrastet und nimmt komplett Ehre weg. Meinst du, Ehre wegnehmen? Du kannst keinen ehrenlosen Ehre wegnehmen, was meinst du, Barrelo? Barrelo, du kannst keinen nichts, nichts, nichts ausnutzen. Du kannst keinen ehrenlosen Ehre wegnehmen, weil du gewitzt nicht mehr. Meinst du, Ehre wegnehmen, wenn man auf Familien geht, oder was meinst du genau, Barrelo? Aber, Birke, warum hast du seine Nummer gelegt? Das war auch scheiße. Ja, war das Ergebnis. Ey, Momo, der geht in Stuttgart in einen Club. Ich schwöre bei Gott. Bestellt sich so einen kleinen VIP. Bestrafung jetzt. Geht da so rein, schickt da, dass Frauen ihn anschauen. Ich schwöre dir, das hat sogar den Türsteher gesagt. Jeder lacht ihn aus. Und der geht noch so rein, als die Spirke ist da. Jeder bewundert mich. Ich schwöre, ich schwöre dir. Sag dir nicht die Bestrafung jetzt. Ich schwöre dir, ich mach sogar, wenn ich wieder in Stuttgart bin, live und mit dem Türsteher reden lassen. Der geht so rein und denkt, wow, die Türsteher hier ist so. Dieter macht genau so ein bisschen, als hätte sie den Club erobert. Ohne was zu trinken, nur ein Wasser. Bravo. Bravo. Ey, Verlierer macht Ansage. Ja. Nein, okay, warte. Nein, nein, nein. Verlierer geht sofort raus, macht ein Video. Das Video lässt er eine Woche drin und sagt, er war mit Shadon, den Glaskopf, homosexuell. Mit Shadon? Ja, mit Shadon. Nein, ich mische keine anderen Leute. Doch. Ey, Engel, was ist mit dem? Mach ich nicht. Deswegen will ich umgehend hier reinkommen, weil er nicht spielt wie ein Mann. Deswegen will ich alleine mit Momo oder dir spielen. Weil mit Momo boxt ich das alleine. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, ey, 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 ey. Und der, der nennt sich Türke. Wie heißt das? Bei Toiletten und sowas sagt er immer ja, aber bei Ansagen oder nein. Bruder, der ist kein Türke. Ich hab ihn gegoogelt. Seine Vorfahren sind irgendwie mit Amerikanisch gemixt oder so. Niemals, guck mal, wer sich frei mit Amerikanisch. Nein, das ist schon... Guck mal, jetzt bei mir, bei mir, ich hab von ihm viel gehört, viel dieses, das. Es, halb ist er Türke und halb ist er Bulgare. Ey, Verlierer, Verlierer macht ein Video gegen Monte. Ansage. Nein, nein, nicht. Ihr geht raus, macht ein Video und das Video lässt du eine Woche. Komm. Komm. Ansage. Warte, nochmal, nicht Ansage. Rausgehen, Video machen, das Video bleibt eine Woche drin. Ja, okay, komm. Und Verlierer sagt, Monte trägt den privaten lieben rote Tanga und so. Okay. Und steht auf Schulpausenhof, klaut die Brötchen von den kleinen Kindern. Okay, komm. Warum müssen wir jetzt extra offline gehen dafür? Ja, dann mach mit dein zweites Handy. Ja. In dieser Seite. Gianni, Bruder, morgen sind wir in Basel. Morgen, bitte. Alle zusammen. Leute, alle, die da sind. Leute, lasst mich das jetzt. Dreimal tippen, Hand weg. Das ist so eine wichtige Runde. Dreimal tippen, Hand weg. So kommen wir uns zu viel rein. Der mit den wenigsten Punkten. Wir brauchen euch jetzt. Jeder, der hier drin. Aziz, danke. Zucker, danke. Dreimal tippen, Hand weg. Dreimal tippen, Hand weg. Alle zusammen. Zucker, danke. Lauri, danke. Dreimal tippen, Hand weg. Alle zusammen. Katze, 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 Katze. 777, Aziz, danke. Folge durch, Leute. Folge draußen. Ich bin eine Katze. Ich habe keine Freunde. Ich lege Toiletten. Katze, Katze. Ich gehe in den Club rein und denke, alle Augenblicken trefft nicht alles von mir, aber keiner schaut mich gar an. Die lachen mich nur aus. Baby, danke. Janu, danke, Janu. OG, danke. Abu Dehab, danke. Baby, danke. Leute, alle tippen weiter. Eine Sekunde warten, bis die Herzen kommen. Eine normale Pena mehr wäre, wie diese Beke Raul hat. Tippen, Hand weg, nicht alles. Ammodiana, Pena, amina, wudu. Ich bin, spendet mir Geld, mir geht es so schlecht. Ich habe keinen, genau dieser Masche benutzt er. Er kriegt aber keine Warnung, oder? Aziz, danke, danke, Anni. Tippen, Leih, Gas geben. Lauri, danke. Andes, danke. Aziz, danke. Tippen, Leih, Gas geben. Tippen, Leih, Gas geben. Alle zusammen. Danke. Alle zusammen, Leute. Tippen, man weg. Jeder eine Rose, bitte. Leute, jetzt. Jeder eine Rose, Leute. Jeder eine Rose, alles zählt doppelt. Es geht um die Runde. Alles zählt doppelt. 34 Personen, Und dann noch ein Video zu posten, Leute. Alles zählt doppelt, Leute. Jeder bitte jetzt eine Rose. 34 Personen, eine Rose. Jeder bitte jetzt eine Rose. Alles zählt doppelt, Leute. Achte, danke, Leute. Leute, wartet, schickt noch nichts Großes. Jeder eine Rose. Erstmal nur die Rosen rein. Jetzt. Wenn sie stickt hier, oder Arntz ergeben. Danke, Arntz, gesagt, er macht was mit deinen Zähnen. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Nein, er hat gesagt, er wird deine Zähne. Ach so, diese, ja. Da kann ich aber nichts dafür. Ich hab doch gesagt, fall nicht auf ein Engelsgesicht rein. Bitte, fall doch nicht. Schau, wie ihr Fitner macht. Er hat doch zweite Seite, der kommt mit seiner zweiten Seite. Ich habe gesagt, fall nicht auf seinen Typ hin rein. Deswegen will ich nicht mit diesem Typen live. Engel? Ja? Soll ich was sagen? Ja. Ich hab das Gefühl, letzte Zeit während gegen dich schießt oder so, ne? Du hast Kontakte, du kannst Leute spielen lassen. Stimmt das? Nein, Wallah, mach nicht diese Spiele mit mir, Alter. Ich geh jetzt auch raus. Baralo. Guck auf die Uhrzeit, Baralo. Kommen wir nochmal, neun Uhr. Wir machen später alleine mal ein Match. Okay. Zeig mir mal, wer TikToks Vater ist, du oder ich. Okay. Baralo, ich hab gehört, du bist Platz 20. Platz 15. Mit wie vielen Zuschauern? 4,7. Jetzt pass auf. Drei Malte Mann weg. Drei Malte Mann weg. Drei Malte Mann weg. Mehr Skill. 100 Zuschauern, Platz 1. Merkst du was? Sie sind wieder da? Baralo. Ich hol dich wieder hoch, Junge. Du bist hier drin bei mir. Ich hol dich wieder hoch. Solche zu untergehen, ruf mich sofort an. Ich hab schon ein Stream-Account. Was passiert, Momo? Komm. Ich bin eng, weil ich schon gesagt habe, ich bin. Ja, auf jeden Fall. Bist du sauer? Übertrieben. Leute, wir gehen ein bisschen in die Stadt. Bitte? Wir gehen jetzt ein bisschen in die Stadt in Zürich. Ey, wir gehen diese, was ich gestern geklärt habe, essen. Richtig lecker. Wir gehen auf jeden Fall zu essen, Leute. Ich küss eure Arzt. Haut rein. An der Stelle. Und ja, danke an alle Waren. Danke, Dren. Dren, danke, dass du auch schönes Gesicht hast. Du gibst, was du sagst. Dren hat extra dir geschickt, was er für mich hat. Leute, kommt. Kommt da? Kommt da. Wo? Wir müssen hier raus, ich was essen. Wir müssen hier jetzt raus. Wer spielt? Die Leute kommen jetzt. Komm, lass es los. Wer kommt jetzt? Jetzt chill doch mal, Junge, bisschen. Warum sind jetzt so ekstisch, Alter? 15 Uhr, habe ich 15 Uhr gleich. Ja, und? Essen, rausgehen. Was? Start ist 15 Minuten entfernt. Warte mal. Wir sind heute hier. Warte mal. Nein. Die gehen doch jetzt an. Ich habe kein Internet draußen. Internet ist teuer hier. Du musst Sachen packen noch. Hey, nehmen wir die Sachen mit, oder können wir heute hier schlafen? Mit. Deswegen, die kommen doch gleich die... Heute schlafen wir nicht mehr hier, oder? Nein. Also nehmen wir alle Sachen mit? Ja, die haben gleich ein Turnier. Ah. Wir haben doch gleich diese Turnier hier. Wir müssen drauf. Was für Turnier? Das ist gut. Wir haben ja auch damit. Ich bin... Was habe ich... Was habe ich... Sie haben ja in einem Poker-Turnier-Dingssach. Nein, die sind aneinandergegrüßt. Achso. Weil... Wir sind Junkies. Morgen bin ich wieder zu Hause, Leute. Und kann ich normal wieder streamen, Leute. Kann ich wieder Leute auseinandernehmen, Leute. Weil so... Ey, Wallah, wieder Bock gegen mich nicht. Andere Stadt. Andere Stadt. Warum? So ist geil, Alter. Wallah. Was habe ich dir gesagt? Der hat dir noch deswegen Nummer gelegt. Weil der Bustler hat mich aufkriegen. Beleidige doch nicht, Junge. So sperrst du mich. Der... Soll ich sagen nochmal? Dein Leif? Sag indirekt. Soll ich dein Leif sagen? Also B-Wort zu ihm gesagt? Ja. Okay. Dann muss ich... Mit Herz. Mit Herz. Kannst du gar nicht nochmal sagen. Soll ich nochmal sagen? Oder wie es für niemanden über deine Familie schriftredet? Du bist doch der, der immer über Familie redet. Du beleidigst doch immer mit. Ja. Nein. Oder bist du jetzt Moralprediger geworden? Na ehrlich. Seid ihr alle aufladen? Nein, ich bin live. Nein, ich bin live. Ich kann euch leider nicht mitnehmen, Leute. Ich habe kein Internet draußen. Wallah. Leute. Wartet kurz, Leute. Ich muss das Handy aufladen. So lange. Ja, Wallah. Wo schläft ihr heute? Ich weiss nicht. Hey, Momo, wo schlafen die heute? Momo. Äh, Hotel? Äh, Hotel? Aha, okay. Hey. Hey. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe einiges Geld für mich. Aber ich kann mir das nicht gehen. Ich kann mir das nicht. Ja. Ja. Und dann, was machen wir morgen? Jungs? Das war doch morgen mit Baselrot. Irgendwo meint die doch. Weißt du was? Wir versuchen heute mit Basel zu klären, damit wir nach Hause fahren. Ja, das ist eigentlich besser. Das wird doch nicht sein. Der Typ hat doch für morgen angekündigt. Das ist schon zu spät. Kann man irgendwie klären? Bei Basel ist es noch weiter. Eine Stunde. Ich habe eben... Das ist scheiße. Weißt du, du musst so damit rechnen, oder du musst mich nach Hause schicken und dann wieder zurück. Dann brauchen wir wieder drei Stunden. Was? Du willst aber reden nicht machen. Okay, Leute. Ciao. Passt auf euch auf. Folgt durch, die sich gefolgt haben, Leute. Folgt durch, die sich gefolgt haben. Einde. Weil ich habe ein Internet draußen, Leute. Ich liebe jeden von euch. Ich komme später wieder live, Leute. Dann kann ich den folgt durch.